Was geht Leute, mein Name ist General Fox und heute spielen wir Barnfinders. Ich habe es bei Rocket Beans TV gesehen und dachte, so ein Cat muss ich unbedingt spielen, weil es richtig dumm ist. Okay, dumm ist vielleicht das falsche Wort. Eher dämlich. Man verkauft Dinge, die man findet. Es hat sowas American Trashiges. Und deswegen dachte ich, das muss ich ausprobieren, weil ich denke mal, es hat Witz und es hat irgendwas, irgendwas, was ich entdecken möchte, was ich perfektionieren möchte. Wie gesagt, es ist dumm und deswegen mal was Neues von dem ganzen ernsten Zeug. Okay, schauen wir rein. Bis gleich. Kein Ton? Keine Musik? Ah, Ton, ja, aber keine Musik. Okay. Okay, wähle dein Profil. Füge ein neues Profil hinzu. Wie sehen wir denn aus? Okay, dann sehen wir halt so aus. Äh, machen wir kurz die Einstellungen. Ich glaube jetzt Deutsch. Machen wir Deutsch. Aber eigentlich müssen wir es auf Englisch machen. Wir müssen auf Englisch spielen. Sonst macht das, glaube ich, keinen Sinn. Die Musik ist so Standard. Nervig. Oh yeah. Ja. Howdy. I wish I could sleep for an hour or so. I'm cold and a little wired. But my truck's stuck here on the side of this road. And there's good folks counting on me. Gotta move this load. That's why I drive my 18-wheeler all across this big old land. Not just my job, more than my living. It's the heart of who I am. Sometimes it's tough, but I rise above and do everything I can. Got my wife and kids back home and they're proud to know I'm a U.S. working man. And I'm a U.S. working man. And I'm a U.S. working man too. I told you the scooping Oh my god. Also wie kann man sich nicht vorkommen. Oh, ne, Hanigo. Okay. Die Maus ist zu schnell. Für euch ist es wahrscheinlich zu langsam. Oh, die kann man wahrscheinlich... Nein! Man kann sie nicht einstellen. Ah doch. Okay. Ja, ich bin halt so schnelle Mausbewegungen nicht mehr gewohnt. Ich bin alt. Was wollt ihr? Aha. Wie gesagt, ich habe das durch den lieben Simon von Rocket Beans gesehen und dachte, den Scheiß muss ich mir geben. Dementsprechend weiß ich schon, was auf mich zukommt. Okay. Wie hat denn der das gemacht? Ah. Ja. Yeah. Ja. Also. In dem Spiel geht es darum, Müll zu Gold zu machen. richtig reich zu werden. Nur im ganzen Shit. Das sollte machbar sein. Ich als ähm eBay Kleinanzeigenfuchs Das hört sich jetzt negativ an. Total. Welcome to Bondfinance LTE. Was heißt denn eigentlich LTE als normal? Get car battery from the car trunk. Put it into your generator. Use your computer to find jobs and travel all over America. Yeah. Die Grafik ist eigentlich mal gar nicht so schlecht. So ein Schrottspiel. Aber. Aber. Ich bleib einfach bei Aber. Und Hühnchen. Toll. Oh ja. Schaffe ich das? Ich krieg bestimmt Achievement. 100 pro. Wusste ich. Steam Achievement. Yes. Dazu sag ich nur America. Wem hatte ich das? Das ist America. Ich glaub das war von PewDiePie. Der gute alte PewDiePie. Ist denn eigentlich noch? Okay. Okay. Mehr in der Pfaffelwerbung. Immer wieder gut. Hm. Auf jeden Fall. Richtig spannend. Was kam das? Machine Slot. Wegen was? Wo? Aha. 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 Ja. Dieses Spiel lässt viele Fragen offen. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich nach was Wichtigem an. Ja, halt, stopp. Ich möchte erst... Da! Seht ihr das? The Clue Paper. The Clue Paper. Guck ich da irgendwie hoch? The Clue Paper. Ich weiß wie. Ich bin sowas von schlau. Ja. Ich bin gut. So kann man retaten. Aha. Und gehe ich hier hoch. Und dann hier. Und dann da. Und dann bin ich oben. Und habe diese wunderschöne... Oh yeah. Leute, ich sage euch, ich werde alles finden. Dieses Spiel wird mich nicht bedwingen. Denn ich werde alles finden, was es zu finden geben wird. Und das... Ich werde alles finden. Ich werde sowas von alles finden. Man muss nur auf sein Gehör achten. Und schlau sein. Und schlau sein. Schlau wie ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs, wie ihr wisst. Ich kriege das hin. Nein, nein, nein. Ich muss ein bisschen vorweggreifen. Weil ich das meiste kenne ich ja schon von Simon. Aber das hat er nicht gemacht. Wieder oben. Nein, nein, nein. Theoretisch gesehen könnte man jetzt das Zeug nehmen. Es hier drauf machen. Weil es ja ein Storage... Eine Storage Station ist... Ah, no power. Stimmt. Stimmt. Die Batterie bräuchte ich für was anderes. Ach, never mind. Ich habe nichts gemacht. Was kommt da hin? Ah, mehr Musik. Bisschen meiner... Oder Microwave. There are no items in the car. Okay. Aber ich dachte nicht was in the car. Ich habe doch mein Fahrrädle da reingemacht. Verstehe ich nicht. Okay, wir haben Strom. Was ist das? Es sollte funktionieren. Ah. Ich könnte mir Sachen kaufen. Ich habe zu wenig Geld. Und hier kann ich dann... Aha, okay. Also wie gesagt, Sinn des Spieles ist es, aus Scheiße Gold zu machen. Und hier kann ich dann quasi mein Zeug... Zeugs verkaufen. Schon nice. Scherf L.M.T. Ja. Weil ich noch nichts habe. Also gehen wir jetzt auf die Jagd. Und suchen wir uns den besten Scheiß. Eine E-Mail. Hallo, Barnfinders. Can you help an old friend? So, I heard. This is still a naughty stack on the old red barn. Maybe you could find it there for you. There's money in it for you, too. Thanks, Mike. We from Maiko are always worried about our environment. We have a new recycle system and our goal is to make America a cleanest nation. Join us. Send us any trash for a bit of cash. O.P.S. We do not accept everything. Please call our hotline for more infos. It should work. Win a movie ticket for Dog Cops. The triple A movie based on a comic. Be Canas. Be Majerus. What are you waiting for? Click here. Okay. Next passiert. It is not a trick to get it bigger. Try our Winnie Boonie in it. It's available now. Thank you for being right. Okay. Taste of Freedom, Confidence and proper lifestyle. Aha. Okay. Ich sag einfach nur okay. You can tell you have great taste. Aha. Okay. Itemkatalog. Ah, weil ich das gefunden habe. Ja, ja. For each party catalog update you get one free car skin. Hm? Das dumme ist. Kann man... Ne, man... Oh, das ist dumm. Ah, dumme Usability. Hm. No, no. Ah, no, no. Aber egal. Hier haben wir unsere... Hä? Ach so, die Jobs. Ach, wir wissen ja noch. Äh, accepten. Okay. Accept. Bornhub. Das da. Und dann traveln wir. Amerikanischer Humor. Das ist wie, wie, ähm... Hartz IV TV. Das Pondor, das amerikanische Pondor zu Hartz IV TV. Die Rednecks. Und so. Ich hab grad gedacht, ich hab meine Brille auf, deswegen hab ich grad so... Äh. Aber ich hab hier keine Brille auf. Contact Landers. So. So. Exploring abandoned barns. As a barn finder, your job is to find requested items. Look for other valuable items. You can sell them in your shop. Search for additional items and secrets. Maps are full of them. Wir werden alles finden. Leute, wir werden alles finden. Richtig, alles. Jeden Scheiß, den es so fiten gibt, werden wir zu Gold machen. Ich sag's euch. Müll, 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 Müll. Manches kann man nicht verkaufen. Aber Hauptsache, leere Flaschen und Dosen. Ich mein, das ist voll, voller Metall. Warum kann man das nicht verkaufen? Das verstehe ich nicht. Uh, dieses Geräusch. Hört ihr das? Ist was geheimnisvolles wieder da? Wahrscheinlich. Ja. Golden Paper. Okay, wie kommen wir da hoch, Leute? Ich nehme einfach diese Bank. Und schmeiß die erstmal da hoch. Gut. Und dann. Und dann. ebne ich mir einen Weg nach oben. Shit. So. Nehme den Kack. Oh, jetzt bin ich hier oben. Oh, 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 oh. Lebensgefährlich. So, wir hier sind hier oben. Jetzt nehme ich hier diese Bank. Oh, Leute, ich bin so gut in diesem fucking Spiel. Nur mit dem Drehen habe ich es noch nicht so drauf. Ah, jetzt. Na. Filigrane Arbeit hier. Yes. Easy, easy. Lemon squeezy. Yeah. Golden Paper Phone. What the fuck? Ist das denn? Kann man zoomen oder so? Wo ist mein Scope, wenn ich es brauche? Fucking. Fucking Alien. Fucking Alien, ey. Leute, fucking Alien. Unser erstes Ding. Ist das? Moonschein. Oh je. Alkohol. Moonschein, ja genauer Schnaps. Oder? Schnaps. Krumm. Ja, mir ist, ey. Verrückt. Einfach nur verrückt. Okay. Außen haben wir, glaube ich, alles setzt. Gehen wir mal rein in die Hüt. Oh, Müll. Und Müll. Müll, 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 Müll. Ich werde so ein reicher Mann. Müll, 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 Müll. Ne, das ist ein Schlaflied. Da. Da fehlt es an Musik. Genau, ich habe gesehen. Hat er nicht ein Radio dabei? Bei Simon hat er ein Radio. Ja, ja, ja. Ich bin schon dabei. Gell? Ne, fehlt mir ein bisschen Musik. So ein bisschen... Ruhig hier. What the fuck? By the way, es ist Mittwoch, meine Kerle. Also, zum Zeitpunkt, als ich... ...das aufnehme. Jetzt gleich. Schlüssel. Jetzt hier etwa dann auch noch ähm... ...wie steril ist mit einem Schlüssel. Ihr weiß es nicht, ihr weiß es nicht. Ah, ich wollte es doch angucken. Ob das Schmuddel-Filmchen sind. Oh. Ein Fernseher. Alles gilt. Jetzt habe ich dieses Schlaflied im Kopf. Ich kriege das nicht mehr raus. Toll. Was leckt ein bisschen. Warum lack... Lack das? Leckt das? Ist auch egal. Oh, hallo. Das nehmen wir alles mit. Oh, hallo. Das geht nicht. Okay. Wieder die Porten auf. Ach, das ist noch eine Leiterstimme. Okay. Okay. Oh, Magazine. Ah, Comic. Der erste Comic. Ah, und da ist das Rentier. Geil. Geil. Uh, stimmt. Die Katze. Die ich gerade vorhin im Menü gesehen habe. Was vergessen hätte. Denn unser Ziel ist es ja alles zu finden. Augen offen zu halten. Und wirklich nichts da zu lassen. Man könnte denken, die Fotos wären auch irgendwas. Aber, aha. An Tourens. An Tourens wegmachen. Genau. Weil hinter den Tourens stecken sich noch Bilder. Wie in der Realität. Ah, die Matratze genommen. Gut, gut, gut. Aber ich... Dies machen wir alles. Mein Gefühl sagt mir, wir haben alles. Wir haben nichts zurückgelassen. Oh, ich höre was. Ja. Ich höre es. Mein Radar. Mein Radar. Vernimmt etwas. Das ist ja gelb sogar. Aha. Gotcha. Fast. Fast stehen gelassen. Das werde ich mir niemals verziehen. Diese wunderschöne Schubkarre. Äh. Nicht mitgenommen zu haben. Okay. Hühnchen. Kann man Hühnchen mitnehmen? Ja. So. Nehmen wir mit. Und los geht's. Yes. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein fucking Alien. Nein. Nein. Einsamer vergessen. Nein. Egal. Wir haben die... Wichtigen Sachen. Die Collectibles. So. How to run your pawn shop. Unload the truck by pressing the button on the storage station. Use secondary action button to place item on the shelves automatically. Open the shop during the day to start selling items to the clients. Okay. Donk. Fly the green engine. Aha. Also es gibt Sachen, die scheinbar... Ah, es geht zusammen. Sachen, die zusammengehören. Die man dann auch nicht verkaufen kann. Okay. Das. Cleaning Station. Ja, hab's mir gedacht. Das ist schmutzig. Da war ein Schmutzzeichen drauf. Deswegen brauchen wir eine Cleaning Station. Zuerst geben wir unsere Request ab. Pack and send. Yes. Knapp 500. Jetzt holen wir aus die... Upgrading. You can tell you have great taste. Schmesser knacken ist immer gut. No returns. Customize your pawn shop. With upgrade gun you can customize your pawn shop. Use it to customize shelves, walls, floors and posters. Fill station 2. Clean, repair and disassemble items. Cleaning Station. Knapp 400 kostet der Spaß. Fuck it ey. Okay. Da steht's dirty. All in study mode. Wundershonest hier. Transfer from storage station. A drop it item. Transfer from storage station. Man kann sie also auch vom storage station. Ne. Müssen wir erstmal in Erfahrung bringen, wie wir das ganze Zeug hier hinstellen. Hinstellen. So nämlich nicht. Du kannst sie wirklich frei fühlen mit uns. Du kannst sie in ihrem quasi natürlichen Umfeld sehen. Sie sind mit uns von Anfang an Ende. Und noch länger. Wenn sie nicht mehr sind. Dann gehen wir erstmal auf die Toilette. Dann gehen wir erstmal auf die Toilette. Hmmm. So, den Fernseher möchte ich jetzt verkaufen, bitte. Ah, okay. Du kannst einfach drauf platzieren. Okay. Wahrscheinlich kann ich das eine noch nicht verkaufen, weil es schmutzig ist. Okay. Steht da auch die Größe? Hm. Oh, voilà. Halt, wo? Der sieht freundlich aus. Shelf. Ah, High Five, Doc heißt er wirklich. Okay. Mehr mehr noch. Kein Geld mehr. Okay, das ist still locked. But it's locked. Der Muda is locked. Okay. Okay. Aha, okay. Man kann einzelne Sache anwählen. Aber kann ich... Aha. Kann ich die Wandfarbe machen? Ich kann sagen, du hast great taste. Halte richtig spacig. Rudowende. ja gut ich glaube für das erste reich das war abzuatmet ja ich denke mal am anfang passiert noch nicht viel muss man erst mal sich hier erst mal so als frischer amerikaner zentraum aufbauen vom nichts zum könig aus scheiße geld machen wir werden sehen ich werde es auf jeden fall weiterspielen was noch kommt die witzigen passagen und mit dem ziel alles ein zu sagen was möglich ist wir uns keine fehler verzeihen denn armut ist böse und das wird uns einholen wenn wir nicht geld wenn nicht geld aus dem ganzen scheiß ich hoffe euch gefällt es bis dahin ich hoffe ihr schaut auch die nächsten folgen an ja in dem sinne verabschiede ich mich hat euch das video gefallen dann lasst ein like da und abonniert den fuchs